Mia, guckst du gerne die Premier League oder ist dir das alles ein bisschen zu viel? Ich guck's, weniger als Bundesliga natürlich. Ich muss sagen, ich bin so aus Fan-Perspektive kein großer Befürworter von dem, was da alles passiert, weil ich dann doch gerne lieber ein kritisches Auge auf den modernen Fußball und seine Symptome und Auswüchse lege. Und ich glaube, dass die Premier League da allen voran eben auch, wenn wir zum Beispiel über das Thema Saudi-Arabien sprechen. Ich finde dann zum Beispiel auch, wenn ein Klopp oder ein, gut, Klopp Liverpool wird nicht aus Saudi-Arabien oder aus Katar finanziert, unterhalten haben sie sich trotzdem auch mal mit denen. Aber ich finde es halt schwierig, wenn so Pep Guardiola sich in der Pressekonferenz hinsetzt und sagt und warnt vor dem Geld aus Saudi-Arabien, wenn man selber diese Türen aufgemacht hat.